Ein Hämse-Kach, ein Rauswurm-Kach, ein Heeren-Kach, ein Heiger-Kach. Der Josef-Anton, mit Ruhigen-Groß, hat Himmel-Blauen vor, hängt, wir am Schimmel sind dran. Ist höchste Zeit, lasst euer Gnaden fallen, der hochadelige Brautvater sagt, die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Russen-Kavalier vorhört. Die Hand des Landes, die geziebelt, was vor der Tür sie sich begegnet hat. Wenn ich wieder komm, so fühl ich deinen Herrn, zu den Schickern meiner Hand. Ich bin in den ungestrengen Händen, zu den Wernern. Untertitelung des ZDF, 2020